Ja, vielleicht sollten wir auch fordern, dass eine umgehende Korrektur dieser Berichterstattung erfolgt. Was ich auch vermisse in der Berichterstattung ist, dass kein Wort davon war, dass eigentlich dazu aufgerufen wurde, das Parlament zu besetzen, bis die Regierung zurücktritt. Es wird einfach nur erzählt, dass gegen die Sparauflagen demonstriert wird. Und das ist schon was anderes, finde ich.